Herzlichen Glückwunsch gegen Davos. Gegen Davos war immer knapp. Meli, was meinst du, was wir machen müssen, um drei Punkte auf Rappi zu holen? Ja, wie du sagst, wir haben das Jahr erst einmal gegen Davos gewinnen, letztes Mal zu Hause. Wir haben dort 60 Minuten gut Socken gespielt. In Davos ist es immer schwierig, auch mit der Höhendifferenz. Es ist eine super Mannschaft, die Läufer ist sehr stark. Ich denke, was wir machen müssen, es sind die ersten 10 Minuten innen dicht. Sie konnten, dass sie in den ersten 10 Minuten das Spiel entscheiden konnten. Darum schauen wir sicher auf das. Wie auch immer, wenn man gegen so eine gute Mannschaft spielt, ist die Defensive so und so. Vorne müssen wir vieles kreieren, probieren wirbeln und zwei, drei Goal machen. Dann können wir sicher auch die drei Punkte einholen und so recht gut in die nächste Runde starten.